Genetik forever, Genetik forever, was geht ab, meine Damen und Herren, mein Name ist Teddy und ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen Fresh or Lash-Ausgabe. Wir haben uns getroffen, um über ein Album zu reden, das am vorletzten Freitag herausgekommen ist und den Titel DNA 2 trägt. Es kommt von keinem geringeren Team als dem Genetik-Team. Nach einer etwas längeren Pause für Deutschrap-Verhältnis haben die sich also wieder zusammengetan, um dieses Album herauszuschießen, was dann auch noch ein Sequel zu einer der erfolgreichsten Alben von den beiden darstellen sollen. Ich habe mir das Album inzwischen ganze dreimal reingezogen, deswegen denke ich mir, ich bin gewappnet dafür, euch meine Meinung über dieses Album zu sagen, ehe es zur finalen Benotung innerhalb einer Durchgehört-Episode oder in einer gesonderten Albumanalyse kommt. Genetik habe ich schon immer für deren Anspruch in der Musik gefeiert und dass sie sich immer treu geblieben sind in diesem dunklen, dreckigen, rawen Boom-Bab-Sound und diesen haben die ja in der letzten Zeit so ein bisschen aus den Augen verloren mit dem letzten Album Fuck Genetik vor allem insbesondere, da dort vermehrt auch Trap-Einflüsse zu spüren waren und ich mir dann da auch dachte, dass da größtenteils auch mein Interesse an denen verloren gegangen ist, weil die auch inhaltlich halt andere Sachen gemacht haben und das ganze Sound-mäßig dann doch wiederum nicht mehr so interessant war, wenn man den gesamten Deutsch-Rap-Markt betrachtet hat. Jetzt mit DNA 2 haben die sich tatsächlich dazu entschlossen, sich diesem älteren, dreckigen, rougheren Sound wieder zu widmen und es geht verdammt gut auf. Wir haben hier ein 11-Track-starkes Album, das knapp über eine halbe Stunde geht und meiner Meinung nach mit dieser Qualität an Songs auch zu kurz ist. Diese Kürze kommt denen dann wiederum aber auch ziemlich zugute, weswegen ich noch nicht ganz weiß, ob es die optimale Länge ist oder ob ich mir doch ein oder zwei Songs mehr gewünscht hätte bei dieser Platte. Ich muss aber anmerken, dass hier auf diesem Album wirklich kein Fehltritt vertreten ist. Ich bin voll und ganz von diesem Album überzeugt. Der Sound ist wieder eigen, Sick hat hier wirklich einen Brecher nach dem anderen rausgehauen und teilweise wirklich Samples gedickt, wo ich mir denke, alter, wo hat der das her? Vor allem der Song zusammen mit OG Kimo, das Sample ist mega, die Drums sind geil und man hat wirklich dieses Gefühl von diesem 90er Jahre Flavor. Also es wirkt wirklich authentisch, boombappisch, oldschoolig, genetisch. Die haben hier echt eine ziemlich gute Platte produziert, aber auch rein textlich bin ich auch wieder überzeugt von Caruso's Skills. Also seine Skills waren ja nie abzusprechen. Der junge Float immer sehr, sehr sauber über den Beat und macht hier auch rein technisch sehr viel Gutes. Aber ich finde das sehr lyrisch gesehen. Hier auf dieser Platte mich an der einen oder anderen Stelle wieder mal richtig krass überrascht hat. Der haut hier teilweise wirklich One-Liner raus, wo ich mir denke, boah, das ist schon lyrisch. Angefangen bei Wenn die Vögel singen, da muss man aber auch ganz klar sagen, dass der fairerweise von OG Kimo in den Schatten gestellt wurde, weil die Strophe von OG Kimo ist wirklich krank. Als ich die gehört habe, dachte ich mir, ey, der Typ rappt die Zeilen wirklich so locker und ignorant über dem Beat, dass man denken könnte, dass er dir das wirklich einfach eiskalt so ins Gesicht freestylen würde und sich gar nicht mal großartig dafür anstrengen muss, um solche Texte zu schreiben. Aber wenn man bei dem Song auf die Lyrics guckt, bei ihm vor allem, merkt man, wie krass dieser Typ in Sachen Text ist. OG Kimo hatte ich schon auf dem Schirm, aber nach dieser Strophe hier, ich verfolge den Jungen mal. Auch auf Top voll Gold kann Caruso überzeugen, Räume ist nice und Linie 666 ist ein wirklich konzeptuell gut ausgearbeiteter Song. Die einzige Kritik, die mir zu diesem Album zum jetzigen Zeitpunkt einfällt, ist, dass ich mir bei 11 Tracks doch schon längere Songs gewünscht hätte. Wir haben hier leider bei jedem Song nur zwei Strophen und die Hook und dementsprechend kratzt dieses Album nur an einer Stelle wirklich die 3-Minuten-Marke an, beziehungsweise ist über 3 Minuten, ansonsten sind hier alle Songs wirklich unter 3 Minuten und das Intro hat hier quasi nur ein 16er und ein mega langes Beat-Intro. Das ist die einzige Kritik, die mir gerade einfällt, ansonsten muss ich sagen, ich bin voll überzeugt vor diesem Album. Caruso hat abgeliefert, Sick hat abgeliefert. Dieses Album hat definitiv gute Chancen, in meiner Top 15 ihren Platz zu finden am Ende des Jahres. Ich bin überzeugt, zieht euch das rein. Die Kollegastrophe ist im Übrigen auch sehr geil auf diesem Album und matcht auch wirklich hervorragend zu diesem Boom-Bad-Beat. Und wo ich mir auch denke, alter Kollege, warum machst du nicht auch mal so eine dreckige Boom-Bad-Beat-Platte? Hat der ja, glaube ich, mal mit diesem Tour-Mix-Up gemacht, aber mach mal ein richtiges Album so in die Richtung. Das knallt richtig gut. Und deswegen würde ich natürlich zum Finale, zu meiner Bewertung kommen, dass ich dieses Album natürlich mit einem Fresh bewerte. Ist aber natürlich nur meine Meinung, deshalb gebe ich euch jetzt die Chance, in meine Instagram-Story reinzugehen und für dieses Album abzustimmen. Findet ihr das Album eher Fresh oder eher Lash? Würdet ihr es jemandem empfehlen oder nicht? Das könnt ihr meiner Instagram-Story abstimmen und dann können wir das Ganze auch ganz schön, wie gewohnt, in so einer schönen Grafik festhalten. Dann wissen wir, so war meine Meinung und so ist eure Meinung. Geht auch auf den Fresh or Lash YouTube-Channel. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Da könnt ihr den Kanal abonnieren. Dort gibt es auch konsequent Videos in diesem Format, auch zu Singles und Mixtapes und EPs und sonst was. Also macht das doch. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Ganze gefallen hat. Hast du eine andere Meinung nach? Schreibt sie mir bitte unten in die Kommentare. Und schreibt mir außerdem in die Kommentare, welcher Song auf diesem Album hat dir am besten gefallen und welcher am wenigsten. Das ist wirklich schwer. Es sind hier wirklich sehr, sehr viele, sehr gute Songs drauf. Okay, sehr viele mit elf Tracks. Aber ich entscheide mich für dieses Video für Wenn die Vögel singen. Ist einfach dieser Beat. Diese OG-Chemo-Strophe. Der Track hat mich geflasht. Und am schwächsten möchte ich nicht sagen, das wird dem Album einfach nicht würdig. Also da nehme ich es mir einfach raus, um zu sagen, okay, ich nenne hier keinen einzelnen Song und sage, dass der der Schwächste ist. Wenn ihr mit mir persönlich schreiben wollt, Facebook, Twitter und Instagram. Links findet ihr unten in der Beschreibung. Mein Name ist Teddy und wir sehen uns im nächsten Video. Oder auf dem Fresh or Lash Kanal. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.